Willkommen zurück, Freunde, bei Dragon Age Origins. Ja, meine Güte, viel hat sich getan. Jetzt gibt's wieder mal eine neue Session, denn wir müssen uns hier mal reinlegen, denn es kommt ja bald Dragon Age 3. Ja, genau. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben Bruder Genetivi gefunden, der Drachenkult, oder ich sag mal der Andraste-Kult, die ja wohl irgendwie die neu auferstandene Andraste wohl verehrt oder verehren möchte. Sie ist ja noch nicht aufgestanden. Hat den Bruder Genetivi gefangen genommen. Und da oben erwartet uns ein böser, dicker Drache. Und ich glaube, den können wir auch rufen, wenn wir mal ins Inventar gehen. Wir haben da nämlich so ein nettes Utensil gefunden bei unserem letzten Kampf. Damit können wir wohl den Drachen rufen. Jetzt ist die Frage, wo haben wir das Horn? Da ist nämlich das Horn. Er lässt diesen Horn auf dem Gipfel des über den Dorfhaven aufragenden Berges erklingen, um den Hohen Drachen herbeizurufen. Dann wollen wir das doch mal benutzen. Und ich hoffe, es ist kein Fehler. Gespeichert hatten wir ja. Oh, und der kommt wirklich. Oh, bitte was? Widerstanden? Oha, der ist auf uns gesprungen. Oh, Backe. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Alistar, du musst da auf jeden Fall drauf. Wir nehmen erstmal... Der ist einfach auf uns drauf gesprungen. Schweinerei. Erstmal einen Wundumschlag. Ähm. Du musst auch erstmal einen Wundumschlag. Wo ist Winn? Winn? Auch erstmal einen Wundumschlag. Und dann müsste es uns eigentlich schon gut gehen. Jawohl, komm schon. Oh, und jetzt schön vorsichtig. Sehr schön vorsichtig. Wir haben es hier immer mit einem Drachen zu tun, der ja extrem cool aussieht, oder? So, äh, Morrigan, mal ein bisschen Abstand. Ähm. Ja, Winn, du nimmst auch bitte mal ein bisschen Abstand. Ich weiß, der kann definitiv Feuer spucken. Bin ich mir ziemlich sicher. So, und auf geht's. Alistar, warum greifst du nicht an? Komm schon. Drauf da. Und zwar richtig schnell. Dürfen wir dran vorbei? Oh, oh. Boah, ich wusste es. Ich wusste es doch. Schweinerei. Komm, mal des Todes. Ey, kann doch nicht sein. Los, hau ab nach hinten. So, und jetzt schön drauf da. Oh. Gefäß des Geistes. Die Winn war echt tot. Ja, Winn, was machst du denn auch wieder hier vorne? Es ist doch wieder sehr schön, ne? Wieder wundervoll. Komm, ab nach hinten. Und Morrigan, sag mal, Mädels, was ist denn daran so schwer zu verstehen? Frei bewegen. Nix ist. Du hältst jetzt die Position da hinten. Und die Winn geht auch da hinten hin und hält die Position da. So, ich denke mal, die Jungs kommen da vorne schon irgendwie klar, ne? Oh, oh, ihr seht schon. Wir haben jetzt gerade die Aggro erhalten. Komm, nimm mal einen Lyrium-Trank. Ja, komm, das müsste gut gehen. Ah, du hast schon Verhöhen eingesetzt, ne? Oh, oh, das ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass wir... Oh, 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 nein. Oh, nein, bitte nicht. Komm schon. Komm, hau drauf. Komm, was wolle. Komm. Wir können ausweichen. Oh, ja. Das ist gut. Nochmal einfrieren. Komm schon. Oh, 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 aua, aua. Gar nicht gut. Oh, Alistar. Du darfst dich meinetwegen gerne frei bewegen, aber der Rest nicht. Jetzt kommt schon. Oh, warte mal, der verursacht aber eine Menge Schaden, Freunde. Sehr uncool. Wir brennen. Wir brennen. Aua. Na, komm schon drauf da. Oh, jetzt haut er uns wieder, ne? Ich seh's. Oh, ja. Nee, nicht zu uns. Hau ab. Nee, nicht uns. Oh, ich nehm mal schnell nochmal so einen Wundumschlag. Und, oh Gott, die Wind. Komm, Wind, nimm mal einen starken Lyrium-Trank. Oh, Freunde. Ich glaub, das war nicht so die schlauste Idee. Aber mal abwarten, ne? Komm schon. Jawohl. Schnetzeli. Immer weiter. Boah. Drachen sind echt Mistviecher. Komm, rüber, lauf. Nein, hör auf, uns zu hauen. Komm schon. Ah, hör auf damit. Oh, oh. Sind alle betäubt? Sind alle betäubt? Nee, sind nicht alle betäubt. Warum haben wir die Agro? Ich versteh's nicht. Elle ist da. Wahnsinn. Naja, komm, dann tanken wir ihn halt. So gut wie es geht, oder? So gut wie es geht. Bist du schon hinüber? Nee, der hohe Drache. Aber fast, fast. Gleich haben wir ihn. Mal des Todes. Boah, Wahnsinn. Oh, ich glaub, der holt grad Luft. Nee. Mist. Er hat uns betäubt. Steh auf. Steh auf. Und jetzt rauf da. Komm schon. Jawohl. Boah. Ja. Boah. Oh, Wahnsinn. Boah, wir haben ihn besiegt. Mit einem tierisch extrem coolen Finishing Move. In dem Sinne mal wieder. Aber das ist ja klar bei diesen richtig coolen Drachen. So, was hat er denn dabei? Ach du meine Güte. Nee. Das ist alles, was er dabei hat. Klar. Ei, 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 ei. Okay, wir haben wieder eine dicke Streitachs. Das ist natürlich wieder schön. Brauchen wir aber nicht. Oh, wir haben einen Kräendolch. 15% kritischer Schaden und Schaden durch hinterhältische Angriffe. Finde ich super. Der Schaden im Allgemeinen steigert. Ähm. Na, die kritische Trefferchance. Aber ich glaub, der ist richtig gut. Langen Bogen aus Antiva. Sehr schöne Sache. Mit 8,4. Wow. 20% Stärke. Kritische Trefferchance im Fernkampf. Nice. Ein massiver Helm aus Silberritt. Okay. Sturmkrallen. Voraussetzung Magier. Mit 20% Elektrizitätsschaden. Das finde ich cool. Das ist doch etwas für unsere Magierin. Mhm. Kunari. Watt Belagerungshandschuhe. Leichte Handschuhe. Gehärtetes Leder. Sehr cool. Mit Rüstungsdurchdringung. Was extrem mächtig ist. Und dann haben wir natürlich... Boah, wir haben so viele coole Sachen. Neuen Großschild. Natürlich für unseren Hund. Angriff Rüstung. Sturm der Leere. Okay. Körperliche Widerstandskraft. Verlieren aber ein Willenskraft. Ja. Nicht schlecht. Natürlich plus 5 Feuerschaden. Eine Großmeisterflammenruhne. Und eine Drachenschuppe. Das nehmen wir natürlich alles mit. Neue Quest. Drachenschuppenrüstung. Ja. Das kann ich verstehen. Haben wir es doch nochmal gemeistert. Boah. Springt uns einfach auf den Kopf. Wahnsinn. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Obwohl. Warte mal. Ich glaube, wir sollten uns doch direkt... mal hier equippen. Und zwar... Ja. Moment mal. Wo war denn? Wo war denn? Wo war denn? Na, erstmal dann Magier, ne? Oder? Ich meine, Morrigan arbeitet ja sehr gerne mit Blitzen. Ach so. Kälteschaden. Ja, das funktioniert schon weniger. Winn. Wie sieht es denn bei dir aus? Feuerschaden. Du hast gar nichts mit Feuerschaden am Hut. Nimm mal hier Blitzschaden. Ach hier. Die Kunari-Dinger waren es, ne? Genau. Ne, nicht Alistar. Gib uns mal... Genau. Ja, Geschicklichkeit. Ne, ne, ne. Komm. Wir nehmen die Rüstungsdurchdringung mit. So soll es sein. Gefällt mir sehr gut. Jetzt ist aber die Frage, sollen wir wirklich den neuen Dolch benutzen? Ich weiß es nicht. Da müssen wir halt mal gucken, wenn wir soweit sind. Alistar, was haben wir für dich denn noch Schönes? Das Problem mit einem guten Alistar ist, er hat noch plus zwei auf alle Attribute. Das heißt, ihm fehlt Stärke, soweit ich mich erinnern kann, um die andere Rüstung zu tragen, weil diese 38 Stärke braucht. Das heißt, wir können den Helm auf jeden Fall jetzt noch nicht ändern. Ähm, vielleicht haben wir ja irgendetwas anderes, was jetzt, ich sag jetzt mal, wirklich extrem stark ist, was ihm etwas bringt. Na, der neue Schild? Ne, das glaube ich gar nicht. All Emens Schild ist immer noch stärker als... Das ist, glaube ich, der beste Schild, den man finden kann. Wahrscheinlich, immer noch stärker. Nun gut, okay, dann hatten wir natürlich das Amulett, äh, genau, das Stillen und, ja, Willenskraft, aber körperlicher, ähm... Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Wer könnte denn sowas gebrauchen? Wir? Ich weiß ja nicht, was tragen wir zurzeit? Wir tragen ja Verteidigung, Zauberresistenz und Chance, Distanzgeschosse auszuweichen. Ne, das werden wir nicht ändern. Ja, meine Güte. So, hier unten waren wir... Waren wir, meine ich, hier unten schon? Waren wir? Ja, genau, hier unten waren wir schon, hier haben wir die Schlösser geknackt und ich glaube, mehr gibt es hier auch gar nicht, ne? Dann müssen wir jetzt weiter in den Tempel hinein. Ne, ne, hier ist auch nix. Oh, Wahnsinn, was ein dicker Drache. Ja, zum Glück waren wir nochmal verkaufen. Ich hab's mir eigentlich schon gedacht, wer, ne, ich dachte, wir finden jetzt noch so einen Drachenhort oder so. Ne, der Drache selbst hatte so wahnsinnig viele Klamotten dabei. Tja, da bin ich doch mal gespannt. Der Spießroutenlauf, okay. Okay, Gebäude-Durchgang. Ei, 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 Freunde. Ei, ei, ei. Mal eben kurz gucken, haben wir hier links irgendwas Schönes? Ne. Werden wir da überhaupt durchkommen? Rechte Seite noch eine Truhe? Auch nicht. Schade, schade. Dann gehen wir doch mal hier durch. Oh, ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, ne, ich meine, wer das hier verfolgt, ihr wisst, es ist echt lange her, da ich das Spiel gespielt habe. Aber an alles kann ich mich nicht erinnern, aber an viele Situationen. So, und jetzt sind wir auch drin, ne? Hm. Bitte keine Fallen oder so direkt. Oder wie der fiese, fiese Monster. Wer ist hier? Ach, das ist der Wächter, den man wohl nicht besiegen kann, wurde uns ja gesagt, ne? Ich weiß ja, ich meine, ich kann mich dran erinnern, was ist mit dem... Spürt ihr das? Der Ort webt förmlich vor lauter Magie. Hm. In der Tat. Ähm, an den Wächter kann ich mich noch dran erinnern. Die Axt können wir mitnehmen aus Verdium. Die können wir wieder verkaufen. Was haben wir hier Schönes? Oh, Andrastes Pfeile, unterbricht Zauber, Wahnsinn. Und nochmal Eispfeile. Oh, unterbricht Zauber, ist aber extrem stark, oder? So, sonst haben wir hier nichts, oder? Oder irgendwas vergessen? Ich will's nicht hoffen. Oh, Freunde, der Wächter, der Wächter, da wollen wir doch mal. Hallo Wächter. Ich heiße euch willkommen, Pilger. Ja. Willkommen, ne? Ihr müsst der Wächter sein. Ja. Ich bin der Wächter der Asche. Ich habe jahrelang auf das hier gewartet. Hm. Naja. Damit jemand die Asche mitnimmt? Auf mich? Auf was hat er denn gewartet? Warum seid ihr schon so lange hier? Hm. Auf mich? Ihr seid der Erste seit einer langen Zeit. Oho, okay. Es war meine Pflicht, mein Leben, die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu bereiten, die kommen, die Urne zu verehren. Zahllose Jahre habe ich hier verbracht. Und ich werde verweilen, bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken ist. Das reiche Meer versunken ist. Ist das wieder so eine Art Prophezeiung? Man weiß es nicht, aber vielleicht sagt er uns ja noch was Schönes. Ja, wann wird denn die Aufgabe erfüllt sein, ne? Ja, klingt schrecklich langweilig, um Gottes Willen. Es ist halt nun mal seine Aufgabe. Es ist ein Wächter. Es ist ein Geist. Ich meine... Hm. Ich weiß es nicht. Und ich stelle diese Frage auch nicht. Hm. Nun gut, okay. Das heißt, er weiß gar nicht, wann seine Aufgabe erfüllt ist. Naja, der Drache war in Wirklichkeit gar nicht Andraste, oder? Den wir draußen getötet haben. Ich will es nicht hoffen, aber ich glaube nicht. Nee, nee. Nein. Unsere Andraste fällt an der Seite des Erbauers. Sie kommt nicht zurück. Der Drache ist eine furchteinflößende Kreatur, den sie als Alternative zum Erbauer und Andraste akzeptiert haben, die beide nicht hier sind. Wahre Frömmigkeit strebt nicht nach großen Machtdemonstrationen. Nun gut, okay. Was ist denn... Genau, ich möchte gerne die Urne sehen. Ihr seid gekommen, Andraste zu ehren. Und das sollt ihr auch. Wenn ihr euch als würdig erweist. Okay. Wann sind wir denn würdig? Was ist, wenn ich nicht würdig bin? Ja, da dürfen wir sie wahrscheinlich nicht sehen, ne? Ja, ich brauche die Asche, um einen edlen Mann zu heilen. Dennoch müsst ihr euch als würdig erweisen. Ich entscheide nicht, ob ihr würdig seid. Das zeigt der Spießrutenlauf. Falls ihr würdig seid, dürft ihr die Urne sehen. Und ein wenig Asche für euch selbst mitnehmen. Falls nicht... Falls nicht, dann ist es vorbei, ne? Dann erzähl uns doch mal ein bisschen über den Spießrutenlauf, ne? Der Spießrutenlauf trennt wahre Pilger von falschen. Ihr durchlauft vier Prüfungen eures Glaubens. Und wir werden sehen, wie eure Seele sich dabei macht. Hm, nun gut. Könnt ihr mir noch ein bisschen mehr erzählen? Na, na, will er wieder nicht. Na, komm hier. Ihr werdet alles verstehen, wenn ihr ihn absolviert. Hm, nun gut. Dann, ähm, klar. Okay, dann würde ich doch sagen, Freunde, wir sind bereit, oder? Ich meine, wir brauchen die Asche, ne? Für einen guten Emen. Vorher muss ich euch noch etwas fragen. Ich sehe, dass euer Weg bis hierher alles andere als leicht war. Naja, es geht. Es gibt viel Leid in eurer Vergangenheit. Euer eigenes und das von anderen. Ihr habt Vater und Mutter in den Händen von Randon Howe zurückgelassen. Obgleich ihr wusstet, dass er keine Gnade zeigen würde. Glaubt ihr, dass ihr eure Eltern im Stich gelassen habt? Oh, das ist eine harte Frage. Das ist jetzt eine richtig harte Frage. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich glaube nicht, dass wir sie im Stich gelassen haben. Was sollten wir machen? Wir waren nicht schwerterprobt. Es gab nichts zu tun. Und es gibt eine weitaus größere Bedrohung. Ist natürlich hart. Was würde man machen, wenn man seine Eltern verliert, ne? Hm. Naja, gut. Es gibt natürlich jetzt wahnsinnig viele Optionen, ne? Aber ich glaube, nein. Ich musste überleben, um Fergus, unserem älteren Bruder, ähm... Naja, sagen, dass wir verraten wurden. Das ist eigentlich schon richtig. Aber viel wichtiger ist ja eigentlich, woher erkennt er unsere Vergangenheit, ne? Euer Weg liegt deutlich vor mir. Und es ist leicht, ihn zu lesen. Ich sehe ihn in den Linien in eurem Gesicht. Und in den Narben in eurem Herzen. Glaubt ihr, dass ihr eure Eltern im Stich gelassen habt? Hm. Meine Antwort bleibt bei mir, Wächter. Ja, nee, glaube ich nicht. Nein, sie wollten, dass ich gehe. Ja, das wollten sie auch. Ja, das wollten sie. Und die Mutter wollte nicht mitgehen. Sie wollte unbedingt bei ihrem Schatzi bleiben. Nee, nee, sie wollten, dass wir gehen. Ist der Wächter der Abbauer? Ich meine, es ist halt Dragon Age. Hier gibt es halt nur mal diesen Glauben. Ich glaube nicht. Nee. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesteckt. Sonst wüsste er ja, wie wir uns fühlen. Aber ich sage jetzt mal, nö. Dann brütet ihr also nicht über vergangenen Fehlern. Weder über euren, noch denen anderer. Hinterher können andere immer leicht ein Urteil fällen. Aber das macht es kein Stück besser. Was ist wohl der Zweck dieses Wächters? Achtet auf seine Fallen. Wir sehen manchmal nicht die Auswirkungen unserer Handlungen. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Auswirkungen gab. Und was ist mit euren Gefährten? Alistair, Ritter und Wächter. Ihr fragt euch, ob alles anders gekommen wäre, hättet ihr auf dem Schlachtfeld an Dankens Seite gekämpft. Ihr hättet den tödlichen Streich vielleicht abwenden können. Ihr fragt euch doch, ob nicht besser ihr gestorben wärt, nicht wahr? Ich? Ja. Wäre Duncan statt meiner gerettet worden, wäre alles besser. Hätte ich nur die Gelegenheit dazu gehabt. Oh, Alistair. Ihr kleidet eure Frage, Wächter. Ich bin bereit. Ihr seid stets die Beraterin. Immer ein weises Wort auf den Lippen. Fragt ihr euch nie, ob das nicht nur früher einmal aufgezwungene Plattitüden sind, die ihr da äußert? Vielleicht seid ihr nur ein Werkzeug, um das Wort von Zirkel und Kirche zu verbreiten. Zweifelt ihr eure Wahrheiten niemals an? Ihr kleidet eure Aussagen in Fragen dabei. Kennt ihr unsere Antworten bereits? Leugnen ist wohl sinnlos. Ja, ich habe manchmal Zweifel. Nur ein Narr ist sich seiner völlig sicher. Und ihr, Maurygen, Flemeth, Tochter, was? Hinfort, Geist. Ich nehme an eurem Spiel nicht teil. Ich respektiere euren Wunsch. Oh, ein höflicher Geist, ja. Der Weg ist offen. Viel Glück. Möget ihr finden, was ihr sucht. Und jetzt verschwindet er einfach. Okay. Neue Quest. Die Prüfung des Glaubens, Freunde. Ja, die Prüfung des Glaubens. Und am Ende kommen wir hier raus und ich habe dann auch mein Glauben gefunden. Moment, da liegt ein Buch. Jawohl. Wieder Kodex-Eintrag. Sehr schön. Die ersten Kinder des Erbauers. Ei, ei, ei. Tja, Freunde. Da bin ich ja mal gespannt. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, hallo. Eine Menge, Menge Geister, hm? Mhm. Mhm. Haben wir da vielleicht einen Namen dabei, den wir kennen? Nee, bis dazu nicht. Aber, Freunde, ich würde sagen, das alles sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin.